Sophia Tomala ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Sophia Tomala ist die Tochter von Simone Tomala und André Fetters, beide ebenfalls Schauspieler. Sie wuchs bis zu ihrem siebten Lebensjahr in Berlin auf und zog dann gemeinsam mit ihrer Mutter nach Köln. Nach Vollendung des vierten Schuljahres zogen sie und ihre Mutter nach Kleinmachno, einem Vorort von Berlin. Dann nach einem Jahr nach Gelsenkirchen, wo sie, auch nach der Trennung ihrer Mutter von Rudi Assauer, lebte. Im Herbst 2009 zog sie aus beruflichen Gründen wiederum nach Berlin und verlagerte im Oktober 2010 ihren Wohnsitz ins holländische Viertel in Potsdam. Tomala war von April 2011 bis November 2015 mit Till Lindemann liiert. Im November 2014 wurde sie wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis zu 9.000 Euro Geldstrafe bei Verhängung eines Fahrverbotes verurteilt. Insgesamt waren zuvor 121 Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren in knapp zwei Jahren, davon 90 für falsches Parken, gegen Tomala eingeleitet worden. Karriere In ihrer Jugend bestritt Tomala einige Amateur-Kickbox-Gämpfe. Von 2007 bis 2009 studierte sie an der Konstantinenschule für Schauspiel und Gesang in Bochum. Durch den befreundeten Fernsehregisseur Sigi Rotemund erhielt sie 2006 ihre erste Fernsehrolle in der ARD-Krimi-Reihe Kommissario Laurenci, in der sie als Filmtochter von Barbara Rudnick und Henry Hüppchen erste Schauspielerfahrung sammelte. Den Part der schönen Livia Laurenci, die von der Teilnahme an einer Misswahl träumt, verkörperte Tomala auch in den folgenden vier Teilen. Tomala bewarb sich 2009 bei einem offenen Casting für die Topmodel-Castingshow Germany's Next Topmodel, schied jedoch aus. Vom 16. November 2009 bis zum September 2010 war sie in der Sat-Daily-Soap eine wie keine als Chris Putzer zu sehen. Von April 2010 bis Mai 2010 war sie Kandidatin bei Let's Dance und gewann dort zusammen mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinato den Titel des Dancing. Start 2010 Von März bis Juni 2011 war sie Jurymitglied der Castingshow des Pokerstars.deas bei ProSieben. An der Seite von Sandra Naujoks und Thomas Lamatsch Im Februar 2012 wirkte Tomala im Ensemble der Comedy-Serie Die Dreisten Drei, jetzt noch dreister aufs Sat neben Oliver Bierhenke und Mirko. Noncef mit 2010 wurde sie in der Liste der FHM Sexiest Women auf den dritten Platz gewählt. Wie schon ihre Mutter ließ sich auch Sophia Tomala für die deutsche Ausgabe des Playboy ablichten. Die Bilder sind 2012 in der Mai-Ausgabe des Magazins erschienen. Im Playboy 10 2015 mit dem Titel Deutschlands 25 schönste Stars war sie zusammen mit Mutter Simone Tomala und 23 anderen Frauen wie Christine, Theis, Tina Rulano, Regina Halmich, Katharina Witt, Charlotte Engelhardt und Miriam Gößner abgebildet. Seit Juni 2014 wirbt Tomala für Lidl's Kosmetik-Produktlinie Sien. Seit September 2015 wirbt sie auch für Lidl's Modemarke Esmara. Im März 2015 übernahm sie die Nebenmoderation bei der auf ProSieben übertragenen Wok-WM und im Oktober 2015 bei der TV-Total-Stock-Car-Crash-Challenge. Am 2. März 2015 trat sie in der Talkshow Hard Aber Fair auf die das Thema Gleichstellung der Geschlechter behandelte. Nachdem der WDR die Aufzeichnung vorübergehend aus der Mediathek gelöscht hatte, spekulierte Tomala empört über den angeblichen Einfluss von Frauenverbänden auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zuvor wurde Tomala wegen ihres Auftritts in der Sendung kritisiert. Auch ihr Verhalten in anderen Sendungen wurde mehrfach kritisiert, so etwa als sie in der Sendung Markus Lanz Muslime mit Islamisten verwechselte. Am 8. September 2015 wurde bei Hard Aber Fair das Thema Gleichstellung in gleicher Runde mit Ergänzung zweier Gäste erneut diskutiert. Filmografie 2006 bis 2009 Kommissario Laurenci 2008 Unser Charlie 2009 Zeit der Entscheidung Die Subdeiner Wahl 2009 bis 2010 Eine wie Keine 2010 Honey und Nanny 2010 Countdown Die Jagd beginnt 2010 bis 2013 Der Bergdoktor 2011 zu 90 Minuten Das Berlin Projekt 2011 Der letzte Bulle 2011 Die Trixer 2012 Die dreisten drei Jetzt noch dreister 2013 Alarm für Cobra-Elfe Die Autobahnpolizei 2015 Da muss man durch 2013 2013 2013 2013 2015 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